Ich begrüße euch zur weiteren Runde vor der Schildschung. Wir sind wieder am Start nach einer sehr langen... Oh Gott, ich muss berufen. Hä? Alles klar, mit Tim und Bazzi. So. Moin. Ich schicke das Ding gar nicht, aber okay. Moin. Er will direkt auf mich schießen, du weißt? Ja, weil du die Scheiße anmachst. Was für eine Scheiße? Und warum kann ich nicht fahren? Ja, weil du erst mal ran sein musst, um zu fahren. Ja, sehr schöner Hit. Oh Gott, nee. Junge, mit deiner Maus tust du dann zielen. Okay. Also... Also, ich hab nichts gewusst, wie es geht, aber okay, super. Also, gut gemacht. Oh Gott, oh Gott. Ey, Bazzi. Sieht gut aus heute. Dann schießt er eigentlich immer noch gut. Tatsächlich war das... Aus für sehen. Aber anscheinend... Das war ja sehr gut. Good job, Alter. Ach, du Scheiße. Hey, Bazzi, was machst du denn für eine Bullshit-Kacke? Ich hab' ja gedacht, er schießt voll schon. Äh... Geht. Okay. Er hat aber ganz anders geheatet, Alter. Ja, aber zu fit. Was ist das denn so, der Scheiße, Daniel? Pfff. Okay. Ja, aber zu... Ach, das ist fair. Das find ich sehr fair. Also, das war's gut. holy shit. Nice one, Bazzi. Holy moly. Oh, perfek... Was? Ich bin doch schon dabei, Alter. Was machst du denn? Ach, komm. Da steht der Basti doch gar nicht mehr. Verdammter Hacke, ey. Alla Basti. Shotgun for the win. Das ist... Hey, das ist noch gar nicht mal so schlecht, warte mal. Ich bin da an der Aufnahme, also hört auf damit jetzt. Hä? Guck dir das voran. Okay. Geil. Ich hab'n gedudelt, Alter. Ich bin gesaved, du Honk. Oh, Jesus. Man merkt, die Schlauheit der Leute ist halt hängen geblieben auf der Strecke. Ja, bla 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 bla. Und stirbt. Scheiße. Scheiße, Wind. Du hast 380 Leben. Boah, danke für den Coin. Ja, genau. Bleib da drinnen und schieß. Nein, du sollst da drinnen und bleib und schießen. Ach, sie kommt wieder. Alles klar, Leute. Und es geht ab, die Post. Hey, was passiert denn da, wenn man ihn redet? Wow. Oh, was? Ach, deswegen soll sich der Ring stehen bleiben. Prallt dann ab. Leute, fuckt mich nicht ab, ohne Scheiß. Fuckt mich jetzt nicht ab. Und was ist denn? Hä? Leute? Irgendwann hat uns eben gestummt. Es sollen ja solche Leute sein, wo ihr Rechte bekommt, weil ihr in der Kur rumrollt. Junge, Junge, Junge. Junge, Junge. Ja, das soll Eis gewesen sein. Er schreibt auch die Handzeit rein, diese Botscheine. Ach man, wieso gehst du denn wieder noch weg? Ich bin in der Aufnahme. Hallo, das hast du, dass du gerade gesagt hast, das muss doch auch nicht sein, ne? Was? Hoffentlich. Was? Sagst du einfach Bescheid, wenn das einer ist. Ich gucke nach, wer das ist. Dann wird die, äh, kriegt der Dienste rausgezogen. Ja, das soll's denn sein. Ja, ich kann nachgucken, wer das ist. Kann man? Ja, kann man. Das war irgendwie ganz komisch. Ich gucke nach, wer das ist. Jetzt geht Tims Arsch auf Grundeis. Ja, ich würde sagen, das ist professionelles Gameplay, was ich hier abliefer. Wobei, geht der nochmal zurück? Nein, nicht zu mir. Ja, okay. 160 Crit Basti, willst du mich rollen? Ja. Also du hast mich jetzt gerade gerollt, ja, aber trotzdem. Holy shit. killst du, nicht. Ja, ich bin. Also du hast mich bedankt. Ja. Nee, ich bin. Doch einer hat und drei hat auch. Auch vollstumm. Vollstumm. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Aber ich bin. Ja. Es ist. Ich bin. Ich bin. Ich bin. hand auf hand aufs herz war wirklich dass keiner von euch das sieht sehr schlecht aus ja keine Da kommt so ne dicke Bananen zu euch. Oh Gott. Oh, das war schlecht. Direkt aufsteigen gegangen, hab ich gerade im Eis drüben gesehen. Wer? Wer? Der wurde uns gemobt, tatsächlich. Wer war das? Ja, irgend so ein Finn. Irgend so ein Finn? Ja, keine Ahnung, der hat irgendwas von Finn-Kotten, was er tun muss, sagt. Ach, das ist so ein bisschen zu tun. Einfach, äh, irgendeine Sprechtauze und irgendwelche Angeleute auf dem Discord einfach nervt. Was ist mit diesen schwarzen Löcheln? Äh, wenn du in dem Heimloch reinschießt, sind die Portale von der Appanerseite wieder raus. Ähm. Okay, das war gerade ganz schön dumm. Ja. 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 Ja, ja, mein 15 Euro. Guck mal. Oh, Basti! Du bist ein... ...Kackwurst. Ja, das war doch kein Ding. Ich wollte auch nicht zu nass kommen. Ich frage mich gerade, warum ich eigentlich immer nicht fahre. Ja, wenn ich doch nicht fahre. Ja, wenn ich doch nicht fahre. Na komm! Hahaha! Kann ich so jetzt machen. Und Schüsse... Alter, er lebt halt immer noch, ne? Was machst du da, Tim? Ich konnt nicht weiterfahren. Ja, aber warum schießt du da gegen die Wand? Kinst eben. Kampfjet, Alter. Kleeblatt, jetzt geht's los. Das war's? Jetzt geht's los. Das war's? Tschüss, Tim. Überlebs! Der will mich verarschen, ne? Zwei gegen eins hier, oder was? Alright. einmal zweimal und tschüss was die dein pixel kannst du woanders hin pixel kommen alter kriegte noch free der match das ist auch zum kotzen mehr basti cheater was dieses cheater da ist das zum kotzen sehr gut hat sich angehört wie deine mutter ich hab da ich hab da ich hab da ich hab da die zweitendstufe bekommen von der waffe leute du hast schöne flamme bekommen sehr gut jetzt kommen was die das eben war halt nicht da das halt das problem was die das war schlecht er denkt auch bei bei weissen wieder verlieren dann hast du ja von dir der 500 euro ich hab extra nicht auf die auf den reich deine mutter was geht BZ. Schlitzsäge habe ich. Nice. Jetzt habe ich das Geld ein bisschen verstanden. Ich kann eine Worte spielen. Mensch Basti. Was denn? Ich muss behalten. Ich muss einfach meinen Skill holen. Ich muss mal kurz eben Cheat aktivieren. Okay. Ist an. Ich merke schon Basti. Warum hat Benni eigentlich chillt? Ich merke es schon Basti. Du hast chillt Benni. Ich will nicht darüber reden. Alles klar. Er hat das Geld verstanden. Nein. Warum hat er zwar wirklich welche Schild? Das ist doch unfair. Weil mein Panzer halt schon geskillt ist. Ungefähr. Ja. Alter Basti. Okay Basti. Dann hast du halt eben jetzt das Pech. Warte mein Handy wieder rum. Ach ficken. Das ist Pech. Ach komm Alter. Bitte was? Es ist einfach zurück geflogen. Ja. Aber es ist einfach zurück geflogen zu dir. Obwohl jetzt einer schon durch ein Hotel durchlaut wird. Junge Basti. Was soll das denn? Bist du behindert oder so? Was soll ich denn machen? Junge ey. Sag mal. Hä? Ist das hier jetzt 2-1 oder was? Mein Gott alter. Was soll ich denn machen? Junge ey. Was soll ich denn machen? Ich glaube du hast mich. Oh. Ich glaube du hast mich. Oh. Oh. Ich glaube du hast mich. Oh. Ich glaube das ist jetzt sowohl ein Benny-Senssuitel-Portal oder bleiben die Ästigen im Zeit? Ich glaube du hast mich alleine. Nurolu置. Woah. Oh. ta Кстати. Ah. Ach du gehst dich an. Aber ja También. Und Fanisch. Angst. Doch, klar. Oh, das müssen wir wieder in den richtigen Feind machen. Oh, was für ein Problem? Ich darf euch beiden nicht anschließen. Soll ich mich selbst anschließen? Mensch, du kannst dich nicht anschließen. Okay. Good job, Utimi-boy. What? Oder? Und was kommt das schwarze Loch? Wie wehlt man das aus? Jetzt hab ich den Kippen. Ich hab ihn wieder in der Kusten-Mob-Empfe. Also... Auf jeden! Danke! Ja, Basti, ne? Der Zug ist abgefahren. Ja, ist so. Ich hab wirklich da nur noch hingeschossen, aber Kopf hoch. Was ist das denn? Wow. Was ist das denn? Wie? Ich hab' den Korma, Alter. Ich hab' den Korma, Alter. Wohin mit dem... Wohin mit dem... What the f? Alter, 90 Damage macht der Flumi? ich denke mir nur so ziemlich schießt auf mich all the time was die warten was die macht was was die macht stirbt als erstes siehst du die mit dem hat einfach zu viel angst um irgendwie basti man zu greifen hat sich nicht gelohnt ein mit trotter nur noch mit der snipe heiße oben was gut Alter, da sind mal Dreier. Mann, das war heute der beste. Basti, der hat sich da weggemoved, ne? Oh, hallo Basti. Was geht denn? Heute ist so ein schöner Tag. Das ist jetzt eine Runde beschiss? Ne, das macht damage, die nächste Waffe, die er abfeuert. Wow. Was zum Henker ist das denn? Oh mein Gott. Okay, aber du bist gut damit gekommen. Ach, deine Schieße auf den Busten. Alter, ich bin lower als du, jetzt halt dein Maul. Tim benutzt kein Brain. Ich benutze kein Brain, ich komme da nicht raus. Hey, ja, hey, du kannst trotzdem vernünftig schießen. What the fuck? Hat ja mit dem rausgehen nichts zu tun. Ey, die eine App ist blockierter. Du kannst trotzdem nach oben schießen. Oh, lecker. Du schießt doch zu doll. Du kannst das auch reduzieren, deine Schusskraft, indem du den Mauszeiger nach hinten ziehst. Also zu deinem Tank. Du kannst das Ganze aufbauen. Oh, dein Maß zu beruf. Nee, du kannst das Ganze aufbauen. Guck dir ein paar Shellshock-Videos von mir an. Ah, das geht doch. Mensch. Ah, das geht doch. Oh, was sie. Na. Nee, du kannst aber die Drohne da oben abschießen. Oh, der ist nicht schlecht. Oha. Sehr schlau, Tim. Sehr schlau. Oh. Wait a moment. Geht das? Nein! Nein! Ich wollte ein Double Kill. Nein! Kollege Schnürschuh. Oh. 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 eine spaßige Runde, ich sag tschüss, auf drei, vier, setz, tschüss, tschüss.